Caroline Bardua war eine deutsche Malerin und Salongniere. Sie war eine der ersten bürgerlichen Frauen in der Kunst, die sich eine Existenz als freie bildende Künstlerin aufbauen konnten. Leben Caroline Bardua wurde 1781 als Tochter des Johann Adam Bardua, Kammerdiener des Erbprinzen Alexius von Bernburg, und der Sophie Sabine Kirchner in Ballenstedt im Harz geboren. Der erste Lehrer der Malerin wurde von 1805 bis 1807 Johann Heinrich Mayer in Weimar. Dort lernte sie auch Johann Wolfgang von Goethe kennen, dessen Porträt sie zeichnete. Danach wurde Caroline Bardua gemeinsam mit Luise Seidler von 1808 bis 1811 eine Schülerin von Gerhard von Kügelgehen in Dresden. Hier fertigte sie U.A. Kopien von Gemälden an. Sie machte die Bekanntschaft mit Anton Graf und dem damals noch unbekannten Kaspar David Friedrich. Friedrich machte die Bardua 1811 nach einem Besuch in Ballenstedt zur Bildfigur in seinem Gemälde Gartenterrasse. Nach Ende der Ausbildung bei Kügelgehen, die unsystematisch blieb, ging Caroline Bardua zusammen mit ihrer Schwester, der Sängerin Wilhelmine Bardua, auf Reisen nach Paris und Frankfurt am Main. Im Jahr 1819 kamen beide Schwestern, die zeitlebensunverheiratet blieben, nach Berlin, wo sie einen Salon führten. Einer der Gäste war der Dichter August Friedrich Ernst Langbein. Caroline Bardua Schwerke waren in Berlin gefragt, was jedoch bald ins Gegenteil umschlug. Vor allem eine Ausstellung 1822, in der ihre Porträts der Prinzessin Alexandrine von Preußen, des Prinzen und anderer Familienmitglieder mit ähnlichen Porträts Friedrich Wilhelm von Schardos gemeinsam gezeigt wurden, führte zu einer starken Kritik an der Künstlerin, die im Gegensatz zu Schardot keine akademische Ausbildung genossen hatte. Im Jahr 1827 mussten die beiden Schwestern aus finanziellen Gründen ihren Wohnsitz in Berlin aufgeben und begannen ein unstetes Wanderleben. Dieses führte sie häufig in kleinere Städte wie Heidelberg oder Krefeld, abseits einer etwaigen Konkurrenz. 1829 bis 1832 lebten sie in Frankfurt am Main, ab 1832 dann wieder in Berlin, wo sie ihren Salon erneut aufleben ließen, in dem neben Künstlern auch Gelehrte wie Friedrich Karl von Savigny und Leopold von Ranke verkehrten. 1852 übersiedelten sie nach Ballenstedt. Nach dem Tod Caroline Bardua Sch 1864 verfasste Wilhelmine Bardua die Biografie ihrer Schwester. Sie starb ein Jahr nach ihr 1865. Das Jugendleben der Malerin Caroline Bardua erschien Postum 1874. Der Männer Selbstsucht bannte gern die Frauen nur in der Hausgeschäfte Kreis und vielen grünt auch bloß am Herd ihr Lorbeerreis. Dich aber rief, beschenkt mit Hörngaben, zur Staffelei der Musen Gunst, den Geist mit Geist zu fesseln und zu laben, gelingt dem Zauber deiner Kunst. Caroline Bardua gewidmet das Gedicht von August Friedrich Ernst Langbein. Vielen Dank für's Zuschauen.